ARD Text im Auftrag von Funk Da geht's! Okay, wir haben Tunnel gerade gemacht. In den Vulkan. In den Vulkan. Da, wo wir uns das Smoker und Rauch wollten. Let's go. Komm, wir kriegen jetzt was hin. Yes! Jetzt hab ich's! Es hat funktioniert! Wuppix! Ne, ich will die zwei Wuppixe. Die haben wir auch noch nicht. Mal gucken, was diesmal kriegen. Funk! Ich hab einen Wuppix rum. Späßchen mal durch. Ich hab jetzt auch nichts, wo ich auswendig noch wieder weiß, weil ich komplett vergessen hab, welche Punkte ich wo hatte. Denn dann hab ich Kackepunkte bei Glutexo. So. Aber wir wollen ja erst immer Karni holen. Den hat man noch gar nicht. Okay. Es kann auch sein. Wenn ich einen Apfel reinschmeiß. Wenn ich irgendwie treffe. Nein! Okay, hat auch nicht funktioniert. Ich weiß, ich weiß, da kommt Akarni irgendwie raus. Ich weiß aber nicht, wie ich das Akarni kriege. Vielleicht muss ich alle drei mit einem mit einem Apfel. Keine Ahnung. Ist dann ne Sache, die wir später dann nochmal machen. Wir wollen auf jeden Fall... Ich meine, ich schaffte das wirklich, dass wir heute direkt alle Pokémon einmal abzulografieren. Na mal schauen. Ein Galopperpropo. Wow. Digi, warum ist das in der Mitte? Das ist Kamm auf dem Bild. Der Schweif ist in der Mitte, ja. Ja. Aber wo ist der Rest von Pokémon? Ich dich auch. Ja, wir haben ja den Kack zu. Ich reg mich immer noch auf. Wow. Das ist jetzt aber nicht in der Mitte. Ey, immerhin. Wieso ist das in der Mitte? Aber wieso war das geloppt in der Mitte? Es war halb auf der Bilduhr. Wieso fängt ja funktionieren das? Der Schweif ist auch in der Mitte. Das zählt. Und Superplus zählt auch. Aber wehe, du bist ein Zentimeter zu tief bei irgendeinem Pokémon. So. Weiter geht's. Wir gehen an den Fluss. Und holen uns da das Zeichen. Ähm, wir holen uns auch Giflo. Das hatten wir noch nicht, weil er hat doch keine Pogeflüte hier im Fluss. Was? Ich höre das Mais auch erst mal überspringen. Frechieren wir mal... Ich weiß nicht, aber ich glaub... Machen die was? Komm raus da. Ich kann halt nicht treffen. Näm sein Großvater. Achso, oh, kalter Ball. Komm jetzt heraus. Halt nicht. Aber du kommst wenigstens zu mir. Nee, es kommt auch nicht zu mir. Im ewigen Krieg mit der Steuerung. Aber hier jetzt. Schöne Giflo. Schöne Figur. So, nice. Aber... So, das ist sehr nah. Ähm, ja, Muschausen auch. So, das haben wir ja hier auch nicht. Schöne Bilder. Ich weiß nicht, gibt's hier auch Goldini oder gab's hier nur im Tal? Guck mal so. Moink. Moink. Egal. Einen Ton, aber dich treff ich. Ach komm schon. Ernsthaft? Komm mit! Was war das? Was war das? Was war das, Anton? Ich treffe auch gar nichts! Ich habe nichts getroffen! Ich habe immer ein Keystone, das Zeichen, das ist ja das Ziel gewesen. Das wär's jetzt. Einfach das wegen, wegen dem wir hingefahren sind, einfach nicht zeigen. Schöne Foto. Weiß er nicht, dir fehlen tausend Punkte. War nah dran. Tausend Punkte Unterschied. Das könnte er auch nicht aufs Pokémon beziehen, weil das Wild war auch nicht sonderlich nah. Ah! Nice, die Hälfte haben wir. Okay, das war hinten bei Pumlo von Smogon. Da gab's so eine Sternen-Konstellation. Gedöns, da müssen wir Fotos anmachen. Ich will's gucken. Ich weiß nicht, ob ich's fotografieren muss oder es abwerfen muss. Ja, ich hab's getroffen. Ja, ich hab's getroffen. Machen wir beide. Wann triff es? Ich hab's getroffen. Okay. Oder wo sie es öfters treffen? Okay, jetzt. Okay, ich habe weder das noch das erwischt. Nee. Liks Kasando macht nichts. Aber ihr macht was- Naja, ne! Was tun wir nicht an, wenn ich hab' Au! Das gefällt ihm gar nicht, das ich blöd spiele! Es tut mir leid! Ah, Mist. Es hat mir gar nicht gefallen, dass ich ihm dazwischenfunke. Ja, das waren alle. Oh, Richtig. Das ist doch ein schönes Band. Das war ein schönes Band. Gut, eins fehlt noch. So, das war ja relativ am Start. Du kriegst kein Chigi. Warte mal, konnte ich die hier nicht? Nee. Das waren die drei Gerox beim Garados. Die konnte ich zum Tanzen bringen. Kommt mal runter. Wenn halt nicht. Hier. Oh, ich kann nicht zum Tanzen bringen. Die tanzen halt schon ein bisschen komisch. Oh, verpasst. Der zwei hier zu schnell. Ich, ich. Ditte. Ich bin schon wieder zurückgezogen. Ich bin schon wieder zurückgezogen. Nein, ich richte keinen Kopf. Oh, verpasst. Schade. Ja, ich glaub mit Giftbällen, äh, mit Rauchbällen bringen, das ist so viel. Ja, ich hab ja das, was ich wollte. Jetzt können wir zum Regenbogen über die Wolken und ich weiß gar nicht mehr, wie die Strecke heißt. Wie im Himmel. Ich muss das auch sehen, ne, ich glaub nicht. Okay, das andere war besser. Well done. Wow. Wow. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Der Dratini, der ist schon ein bisschen traurig, das Bild. So, aber das ist ne gute Pose. Der hat ja mal lange gemacht, das ist ne gute Pose. Wait. Welcome back. Und wir haben wieder, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020